Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem Teil des Guild Wars Story Let's Plays. So hey, lang lang ist es her, gezwungenermaßen durch ein paar Umstände, die teilweise gut, teilweise schlecht für mich sind, worauf ich aber nicht wieder näher eingehen möchte, ich habe es manchmal schon in anderen Videos rausgehört. Geht es jetzt hier quasi wieder weiter im wunderschönen Story Let's Play und ich habe richtig Lust, ich habe richtig Bock, ja, ich habe schon ein wenig darauf hingefiebert, weil inzwischen ist es soweit, dass ich das Story Let's Play sehr, sehr gerne mache, sehr, sehr, sehr gerne, sehr, sehr extrem, sehr gerne, ja, einfach weil diese Story zu durchleben von früher macht einfach scheiße viel Bock, ja. Ich mache es nicht mehr, naja, das heißt nicht mehr für euch, natürlich mache ich es für euch, aber es war halt früher der ursprüngliche Ansporn, es für euch zu tun, jetzt ist inzwischen der Ansporn, es überhaupt zu tun und der Nebeneffekt, dass es euch dazu noch gefällt, zumindest hoffe ich, dass es euch gefällt, ja, aber da die Viewerzeilen ja doch relativ konstant sind, gehe ich stark davon aus, dass hier durchaus das Interesse besteht. Wo wir hier sind, naja, der eine oder andere mag sich noch dunkel erinnern, ja, ich habe hier in zwei Teile zuvor ein wenig gefällt, ja, das lief nicht so gut, diese Mission, ich hoffe, diesmal wird es ein wenig besser, ja, muss, muss gezwungenermaßen besser werden, ansonsten bin ich sehr enttäuscht von mir selbst. Und ich fasse mal jetzt ein wenig für die, die nicht mehr mitkommen, die raus sind oder ganz neu hier sind, kurz ein wenig die Geschichte zusammen. Nachdem die Char uns aus unserem Heimatland nun vertrieben haben und wir über die nördlichen Zittergipfel geflohen sind, kamen wir in Kreuter an, dort haben wir in Lions Arch bzw. Löwenstein den weißen Mantel getroffen, es war zu dem Zeitpunkt ein ganz netter Verein, irgendwie, der uns dann aufgenommen hat, ein bisschen ausgebildet hat, bis zu einem geilen Kriegertrupp. Dann haben wir herausgefunden, Mensch, der Mantel baut eigentlich nur Scheiße, weil er opfert Leute seinen unsichtbaren Göttern, die wir übrigens später in den südlichen Zittergipfeln noch begegnen werden, ja, wir kriegen von uns richtig aufs Maul und, ja, das fanden wir nicht so dufte, muss man mal so sagen, weißer Mantel, Menschenopfer und so, das war nicht unser Ding, also haben wir uns der Rebellion angeschlossen, der sogenannten Glänzende Klinge, Shining Blade, weißer Mantel und Glänzende Klinge sind übrigens auch immer noch weiterhin und immer mal wieder in Guild Wars 2 antreffbar, wobei man sagen muss, dass die Shining Blade ja teilweise sogar in den Hauptstädten steht und so weiter und so fort. Der Krieg zwischen dem Mantel und der Glänzende Klinge verlief dann einigermaßen interessant. Am Anfang konnten wir deutliche Siege verbuchen. Das änderte sich, als Marcus, ein Mitglied der Shining Blade, uns verraten hat und uns kurzerhand in eine Falle gelotst hat. Und, ja, logische Konsequenz war in diesem Fall dann, dass wir aufgerieben wurden. Evenia, unsere Anführerin, wurde gefangen genommen, viele wurden getötet, wir konnten fliehen. Auf Anweisung des Visier Kilbronn hierhin nach, äh, auf die, in die Kristallhüste. Ein kleines Stück weiter unten, hier wurden wir verraten, da fuhren wir hin. Mit dem Schiffchen, das er hochgehoben hat aus dem, ja, aus dem Wasser. Und hier sollen wir nun zum einen unsere Fähigkeiten verbessern, zum anderen aber auch den Göttern näher kommen. Ja, das machen wir hier in insgesamt vier Missionen, wobei wir uns gerade in der dritten von vier befinden und die vierte erst nach, dem wir die ersten drei fertig haben, machen können. Mission 1 hat uns dazu aufgefordert, äh, ein Kristall zusammenzusetzen, indem wir uns, ja, die einzelnen Teile besorgen und haben uns damit wieder so die ersten Günste der Götter erspielt. In der nächsten Mission haben wir uns dann um den Thron, äh, dem die Götter im Auge behalten, geprügelt mit einer anderen Truppe. Und nun gibt es hier so ein kleines PvP-Gemetzel, um unsere Fähigkeiten komplett unter Beweis zu stellen und zu zeigen, Mensch, die Truppe da unten ist, äh, ganz geil. Die vierte Mission dann, äh, ist, äh, eine kleine Charakterstärke und, äh, ja, quasi der Kampf mit dem eigenen Ich, das wählt ihr im Verlauf noch, äh, verstehen. Ich überspröre diese kleine Videosequenz jetzt einfach mal, weil wir sie halt schon hatten. Wenn ihr sie sehen möchtet, es war zwei Teile zuvor hiervon. Ne, einen Teil zuvor hiervon, oder? Einen oder zwei, einen. Es müsste ein Teil sein. Der Teil hier vor, in dem wir das schon gemacht haben, bis zur hier nachfolgenden Gruppe. Dort sind wir elendig gewiped. Soll ich mich darauf achten, dass Ghosty auch mitkommt? Nein, der soll jetzt mitkommen, sehr gut. Und dann boxen wir uns hier mal mit dem Vergessenen. Das Problem bei denen ist, die haben diese Illusionisten und die machen so einen doofen Chaos-Sturm. Da kommt er, der eine steht hier schon. Der Chaos-Sturm macht fucking AOE-Schaden und das nicht mal wenig. Da müssen wir dringend rauslaufen. Und ich muss dann meine Handschies auch das ein oder andere Mal rausflaggen zur Sicherheit. Ansonsten ist diese Gruppe hier eigentlich kein großes Problem. Nur wichtig zu beachten ist, nach zwei Minuten wird der Priest hier da drin die Gruppen respawnen. Das ist ziemlich unpraktisch, wenn man bis dahin den Priester dann nicht down hat. Ja, kann es zu Komplikationen kommen. Muss man mal nett auszudrücken. Wenn du plötzlich sechs Gegner in deinem Gesicht spawnen, ist das einfach nicht gesund für dich. Wir sehen jetzt hier, Alesia hat einen ganz schönen Krieg mit diesem Bodeneffekt gemacht. Das war schon ein hartes Stück Arbeit für sie, da rauszurennen. Wir legen jetzt hier noch die letzten beiden um. Dann haben wir circa 40 Sekunden gleich, um den Priest zu töten. Dazu steht bei jedem dieser Priest nochmal ein Boss. Und dieser Boss hat keinen Einfluss darauf, ob die Gegner respawned werden oder nicht. Und jetzt wird es echt spannend. Weil eigentlich müsste ich so ein Wort der Heilung mal rubben, oder? Ne, es geht auch so. Alles klar, das war Gruppe 1 von insgesamt sechs. Jetzt kommen gleich zwei auf einmal und dann kommen drei auf einmal. Und bei den zwei auf einmal sind wir beim letzten Mal gescheitert, elendig. Es war traurig. Der Boss hier wird auch wieder spannend. Der hat nämlich relativ viel Safe Heal. Ich muss diesen Äther-Schmaus rubben. Aber dafür bin ich einfach nicht schnell genug. Das sind halt, was ist das, ein halbe oder viertel Sekunden Zauber? Ein Sekunden, aber doch ein Sekunden müsste ich treffen. Ich war jetzt hier gespannt. Da habe ich ihn! Ja! Reaktion, Baby! Ich habe doch noch was von meinem Airspike über. Allerdings wurde der Äther-Schmaus irgendwie nicht lang genug gerouptet. Das war ärgerlich. Aber er sollte jetzt trotzdem im Dreck liegen. Bei einem D-Shirt, sehr schön. Wow, eine Schriftrolle über den Einblick des Berserkers. Die nehmen wir mal mit. Könnten wir jetzt ein bisschen XP machen, ne? Gleich, wenn wir da so in der Gruppe-Dingend sind. Ja, genau. Ja, das können wir durchaus mal machen. Coole Sache. Coole Sache, coole Sache. Ansonsten, was haben wir denn hier alles für uns angesammelt? Über die Zeit Grockflaschen haben wir hier. Ein paar Handwerksmaterialien. Leilona, Schlüssel von gerade eben. Nichts sonderlich Spannendes, was wir mal irgendwie einsetzen könnten, um euch mal ein wenig zu zeigen, was hier so geht in dem Spiel. Aber, na gut, ist ja auch nicht so wichtig. Ich hoffe, dass ich jetzt dieses Mal die Sache hier ein bisschen besser mache. Ich würde überlegen, gehe ich zuerst auf rechts oder zuerst auf links? Das ist immer diese Gefahr. Hier ist beides eigentlich nicht so gut. Erstmal gucken, wie die sich jetzt hier verteilen. Diesmal möchte ich nicht mehrere Gruppen auf einmal pullen. Ich glaube, wir nehmen uns jetzt einfach mal die hier vor. Wir nehmen hinten den vergessenen Arkanisten. Gut, das sind auch schon wieder alle sechs. Das ist ja schon hart irgendwie. Ich wollte ja gar nicht alle sechs haben. Ich würde gerne mal so eine Dreiergruppe davon. Oh, jetzt hier den vergessenen Champion mal weg noch. Gut, jetzt holen wir uns den Arkanisten. Bisher geht das allerdings noch. Aua, aua, aua. Wie sie alle mich fokussen. Ja, das ist ja fürchterlich. Ich habe hier irgendwie drei Warrior am Arsch. Aber das scheint zu funktionieren gerade. Dieses Ding geht auf. Auch wenn das ein paar mehr waren, als ich wollte. Das haben sich gerade zurückgezogen. Ohne die Gunst sollten wir greifen und jetzt da rüber dackeln. So. Dann gehen wir da drin nämlich auf den Priest jetzt. Das muss jetzt schnell gehen mit dem Priest. Das wäre wichtig, dass das schnell geht. Ja, ich bin jetzt ein bisschen konzentriert hier. Das ist sehr nervig. Ich kann euch nicht so entertainen, wie ich gerne wollen würde. So. Aber der ist down. Alles klar. Und jetzt noch den Boss. Den können wir ganz in Ruhe legen. Wobei, wir sollten uns hier auch beeilen, dass wir den vielleicht innerhalb von 20 Sekunden down bekommen. dass ich dann direkt mit der nächsten Gruppe weitermachen kann. Ganz in Ruhe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Wie ich mir das so denke. Irgendwie machen wir nämlich keinen Schaden bei dem Typen. Das ist ja das Problem. Die Erdelementarmagier sind halt doch tanky. Sagt mir, was ihr wollt. Und jetzt sind es nur noch drei Sekunden. Ich glaube, wir können das allerdings trotzdem gleich angehen. Die nächste Gruppe. Auch wenn wir da jetzt so fünf Sekunden Verzögerung haben. Okay. Und rüber. Wir haben das erste Team ausgemehrt. Was halten wir uns da? Die. Das muss jetzt alles schnell gehen. Ich hasse diese Mission eigentlich. Diese Mission geht mir richtig auf den Sack. Aber ich habe halt keine andere Wahl. Ich muss halt durch jede durch. Ich habe auch schon gesagt, dass eigentlich Aurora Lichtung war auch so eine schlimme Mission, die ich eigentlich nie gemocht habe. Aber für euch, was tue ich mir für euch nicht alles an. Wie ich aber auch schon sagte, auch für mich inzwischen. Das ist es ja nicht. Bei der dritten Truppe gleich wird es bestimmt noch mal interessant, wenn so drei auf einmal kommen. Das ist... Oh Mann, oh Mann. So. Vergessene Rächer hier noch. Und dann gehen müssen wir durch auf den Priest. Wieso steht denn da noch so ein verzaubertes Schwert drin rum? Aber gut. Wir haben wieder eine Minute knapp für den Priest. Ich glaube, das ist auch hier nicht verkehrt irgendwie. Dass wir noch so viel Zeit haben. Ich weiß gar nicht, geht meine Truppe wirklich durch auf den Priest? Ja doch. Oh ja. Oh ja. Da kommt der AOE-Schaden. Sehr schön. Das war schon regelrechter Spike hier. Sehr gut. Nehmen wir uns noch den hier vor. Und Hasso. Hasso könnte man eigentlich auch schon machen. Ah, der macht Kadaververzehren. Oh ja. Das kann ja dann auch nur Stunden dauern, bis der down ist. Nehme ich mal schnell das Schwert hier weg. Er hilft jetzt von Kadaver zu Kadaver und heilt sich damit. Und ja. Das ist ein weiter Weg, den er theoretisch vor sich hat hier. Vor allem sollten wir im Kadaver nicht ausgehen. Ach, da war der D-Shot. Schade, Hasso. Nehespa, Sasso. Da hieß Hasso. Na gut. Es ist geschafft. Dieser Teil der Mission ist jetzt auch erledigt. Es kommen nochmal drei Gruppen auf einmal. Und da wird es richtig gefährlich. Ghosty folgt mir. Ghosty folgt mir. Ich weiß auch hier immer nie, womit ich anfange. Rechts, links, geradeaus. Seht ihr diese drei Boxen? Durch die wir uns gleich durchschnitteln müssen. Damit wir endlich den Göttern wieder ein bisschen näher kommen. Und ja. Um mal ein bisschen ins Off-Topic abzurutschen. Es ist doch scheiße warm draußen. Oder wer immer sagt, er möchte Wärme haben. Es müsste schön warm draußen sein. Und lieber 30 Grad als Winter oder so. Der lügt, oder? Ich meine, Winter ist doch schön. Ziehe ich mir die Jacke an und gut ist. NP. Mir geht's gut. Will ich ganz sneaky sein und jetzt auf den Priest durchlaufen? Nein. So. Gehen wir da lieber auf die. Hier müsste man jetzt für den Bonus noch den Typ in der Mitte am Leben halten. Ja. Das wäre dann die richtige Herausforderung. Darauf habe ich jetzt aber absolut keinen Nerv. Würde ich gar nicht. Schlimm genug, dass ich hier überhaupt diese Mission mache. Ja, ja. Ich weiß. Der Bonus ist gescheitert. Der Typ hat das Leben liegen lassen. Was soll man machen? Hartes, hartes Leben hat er gehabt. Jetzt ist er halt weg. Soll er sich nicht aufregen. Ach. Kadaver verzehren haben jetzt auch sogar die kleinen Fluchträger hier. Wusste ich gar nicht. Das ist ja mal gar nicht nervig. Jetzt können wir jetzt keine Kadaver mehr da zu sein. Weil der andere Fluchträger, die... Oh doch. Der ist auch noch da unten. Oh Mann. Mehr Kadaver, die zum Verzehren da sind, bitte. So. Der ist weg. Feindliche Priest muss jetzt auch schnell weg. Und danach kommt der Warrior Boss. Ja, ganz zum Schluss steht hier noch Mönch Boss. Das wird richtig ekelhaft. Weil ein Heiler, der den Heiler deckt. Ich weiß ja nicht. Wenn wir jetzt schon... Kriegen wir jetzt schon manchmal nicht schnell genug down. Den feindlichen Priester. Auch weil meine Gruppe irgendwie nicht so effektiv auf ihn einschlägt. Ich sehe ja, wie viel Schaden der Boss nebenbei frisst. Und keine Ahnung. Hallo. Das wird jetzt knapp. Das sind nur noch 15 Sekunden, Mädels. Ich pack das nicht. Ich pack das nicht. Wenn das jetzt schief geht, ne? Was macht denn mein Team? Hallo. Ach. Ja. Geil. Geil. Wirklich. Das ist jetzt, glaube ich, unser Ende. Hier. Zum zweiten Mal. In dieser Mission. Und ich raffe nicht. Warum? Dieser Priest müsste doch einfach fallen. Ach Gott. Gott im Himmel. Was soll denn das? Ich verstehe es nicht. Es ist so unbegreiflich, dass wir das jetzt hier an der Stelle... Wobei, vielleicht packen wir das sogar. Das wäre ja Wahnsinn. Aber es ist halt unnötig. Es war auch eine unnötige Zeitverschwendung. Und auch ein paar Restsegel und so weiter. Weil halt mein Team aus irgendeinem Grund es auch für nötig hielt, nebenbei diesen Warrior zu fokussen. Aber ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass das nur der Ghostie war, den den Warrior-Boss da halt downhaut. Das war ja schon eine ganze Menge Schaden, die da auf den eingegangen ist. Und halt viel zu wenig, dass auf den Priest kam. Aber jetzt treffe ich meinen Raps sehr gut. Noch der Fluchträger hier und das Team ist wenigstens weg. Und jetzt dürfen wir erstmal knapp 40 Sekunden warten, weil alles, was wir jetzt tun, geht dann quasi in den Respawn rein. Umso länger wird dann die Folge halt. Das ist doch auch schön. Ich kann also 10 Sekunden vorher anfangen, die zu attackieren. Roundabout, wir dürfen die halt jetzt nicht töten. Ja, das wäre halt total useless dann. Oder useless nicht, aber unnütz. Unnütze Arbeit ist unnütz. Gott, ist das warm. Es ist halb 10 an einem wunderschönen Donnerstagmorgen. Und es ist einfach fucking warm. So, jetzt holen wir die mal hier raus. Und legen uns mit denen an. So, jetzt sind wir 4 Minuten rum. Jetzt kann der Typ hier auch einknicken. Patrouilletisch haben wir die zweite Gruppe auch noch raus. Dann haben wir wieder alle beisammen munter. Sind wir inzwischen auch gewöhnt, eher hier mit größeren Gruppen zu spielen. Warum auch erst mit den kleinen anlegen. Total unsinnig. Ich bin blind. Jetzt können wir wieder das Kadaver verzehren. Was ja auch gar nicht nervig ist. Und die Rächer hier vorne. Die Bogenschützen. Danach haben wir dann verzauberten Bogen, einen Boss und ja, den Priest. Der Priest wird jetzt wieder unser Hauptziel sein, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das funktioniert. Darum flage ich jetzt einfach mal mein Team hier rein. Ah, hier ist der Mönchboss. Okay. Das könnte der längste Kampf unseres verfickten Lebens werden, ja. Das ist halt, keine Ahnung. Heiler und heiler. Drauf da. Komm schon. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass wir die down bekommen. Solange der Ghostie nicht zufällig da mal drauf schießt. Jetzt blockt er alles und ja, jetzt kommt wieder Wort der Heilung. Ich bin blind. Ja, komm. Meine Fresse, ey. Keine Ahnung. Viel Schaden kommt halt nicht rein auf den Priest. Ich frage mich mal, wo der hin ist. Au, au, au. Jetzt wäre es fast soweit gewesen. Aber jetzt hat er sich wieder voll. Ja. Au, Mann. Okay, jetzt hat er Eggers gekastet. Vielleicht war das sein Fehler. Nee. Er blockt ja jetzt wieder alles. Und noch 15 Sekunden und der Priest ist fast voll wieder. Wahrscheinlich sind jetzt meine Typen eher Mana leer als der. Das ist doch echt zum Abkotzen, oder? Ja, wenigstens ist der Typ tot. Nur sind jetzt gerade wieder alle respawnt. Wir legen uns hier lieber mit denen an, die hier im Pulk stehen. Vielleicht haben wir eine Chance, sie trotzdem down zu bekommen. Sieht zumindest nicht schlecht aus. Ja. Vergessener Rächer da an der Stelle. Jetzt lagts gerade ein wenig. Aber es liegt an den FPS nicht an meinem Netz. Das ist ja schon... Auch nicht schon wieder. Ey, das hat sich doch jetzt so gut gehalten. Wollte mich verarschen. Die Mission ist doch fast rum. Lasst es mich doch zu Ende bringen. So. Kurz einfach Fraps neu gestartet. Das scheint sich wieder zu beruhigen. Wir haben jetzt hier noch 40 Sekunden knapp für die Gruppe Zeit. Also der Boss ist ja jetzt down. Hier respawn nichts. Aber ich würde ja gerne auch die nächste Gruppe dann angehen. Und wir haben hier noch den Mönchheiler. Äh, den Mönchboss. Was dann die nächste Herausforderung wird wieder. Ah, jetzt haben wir wenigstens der Rapsack gesessen. Dann rubbte ich den. Und, ja. Der sollte gleich doch im Staub liegen. Schneller als ich gedacht hätte. Sehr gut. Kommen wir zum... Und wieder... Ey, das ist doch einfach nicht normal jetzt. Diese FPS-Einbrüche, oder? Ich komme halt auch so plötzlich und dann runter auf 3 FPS. Konstant aber. Soweit ich Fraps dann wieder ausmache. Ich habe halt wirklich außerhalb von Fraps locker 60 FPS halt. Kein Problem. Und sobald ich ja Fraps dann auch wieder anmache, passt es ja auch. Dann habe ich auch wieder 30. Und, ja. Warum dann zwischendurch diese Schwankungen? Das würde mich echt interessieren. Hier haben wir jetzt noch den Ranger-Boss. Aufseher Phobos. Die geile Sau. Wir legen uns hier auch direkt... Ach, jetzt bin ich wieder blind. Er läuft halt echt bis zu mir, um mir dann im Nahkampf den Dreck zu werfen, ins Gesicht zu drücken, ey. Unglaublich, sowas. Ich will jetzt die Arcanisten hier weg haben. Und sobald die weg sind, gehen wir direkt durch auf den Priest. Oh, mein Mesmer ist down. Die hauen auch schon wieder irgendwen. Das ist... Die hauen halt nicht auf das Ziel, auf das sie hauen sollen. Ja, das ist halt schon... Sehr benervig. Jetzt holen wir uns hier den Champion schnell. Den nächsten Arcanisten. Dann haben wir knapp wieder 40 Sekunden für den Priest. So ist zumindest der theoretische Plan. Und zack, ist wieder das Bild runter. So. Ich mache aus, flap es wieder an und es funktioniert jetzt trotzdem nicht. Sehr gut, doch jetzt hat es sich wieder. Jetzt ist schnell durch auf den Priest. Meine Güte, wo bleibt denn der Schaden, Mädels? Ja, 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 sehr gut. Der Priest ist down. Jetzt müsste die Mission in der Theorie eigentlich geschafft sein. Also, sobald wir jetzt hier die Gegner down haben. Aber die sollten uns jetzt nicht mehr daran hindern, den Sieg einzustreichen. Auch wenn es zwei, dreimal relativ knapp war, sieht es jetzt gut aus. Und, ja, es wird ein großer Sieg. Auch wenn ich das mit den FPS-Einbrüchen wieder nicht verstanden habe. Was soll's. Guckt und genießt die Endsequenz. Und wir sehen uns wieder im nächsten Teil. Eure Körper und Seelen sind für die Prüfung der Götter gereinigt. Ihr seid für die nächste Phase bereit.